Die Spritpreise bewegen sich aktuell wieder Richtung 2-Euro-Marke. Zugleich kommen ab April voraussichtlich neue Sprit auf den Markt, nämlich spezielle Diesel, die beispielsweise gemacht sind aus altem Frittenfett, die man dann ganz offiziell an der Tankstelle bekommt. Ob das sinnvoll ist, für ein Auto diese auch zu tanken, darüber sprechen wir heute und gucken uns die preisliche Situation der Spritpreisentwicklung der letzten paar Jahre auch genauer an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt gerne ein Abo dalassen. Wir gehen einmal rein hier in den ADAC-Bericht, der bereits ist vom 28. Dezember und da geht es speziell um die Kraftstoffe XTL und HVO, Diesel und andere. Neue Kraftstoffe ab 2024 und wie gesagt, voraussichtlich werden die verfügbar sein an den Tankstellen ab dem April diesen Jahres, also nur noch ein paar Wochen oder einige Tage, vielmehr gesagt. Und warum wird das Ganze gemacht? Ja klar, wir wollen natürlich unsere Ressourcen schonen, das ist sinnvoll, das ist gut, dass man hingeht und jetzt eben die natürlichen Mittel benutzen kann. Wie zum Beispiel, wie wir es ja hier eben sehen kann, das klingt irrational, aber ist halt wirklich umsetzbar. Und jemand, der schon ein bisschen älter ist oder vielleicht ein älteres Fahrzeug noch fährt, theoretisch kannst du hingehen, holst dir Sonnenblumenöl, altes Frittenfett bei der Frittenbude, kippst das in den Diesel rein, je nach Fahrzeug natürlich keine Frage. Und das fährt und das funktioniert. Aber hier wird das Ganze natürlich wieder mal ein bisschen strenger gemacht, aber nichtsdestotrotz, Grundstoffe oder zumindest ein Teil dieser Spritz sollen nämlich darauf basieren, hier zum Beispiel Raps, Rüben, Mais und so weiter dafür zu nutzen. Und wie gerade eben geschildert, wir haben ja dann hier zwei verschiedene dieser Spritzsorten. Das ist einmal dieses XTL und das steht nämlich hier X to Liquid, dafür steht dieses XTL und das bedeutet einfach, dass irgendein Grundstoff X umgewandelt wird in Liquid, also irgendeine Flüssigkeit und im Bestfall natürlich eine Flüssigkeit, die auch funktioniert, sodass der Diesel fahren kann. Das Ganze ist nach DIN-Norm und alles festgeregelt und festgelegt. Es kommt natürlich noch die Frage jetzt dazu, was kostet das Ganze denn? Darüber konnte ich bislang noch keine genauen Angaben finden, aber es könnte natürlich sein, dass diese Sorten von Biodiesel, nenne ich es jetzt mal, weil er bekommt ja auch hier ein spezielles Label, das sehen wir hier, Diesel B10, zack, und dann sehen wir, dass hier dieser Kraftstoff entspricht, der DIN sowieso enthält bis zu 10% Biodiesel, wissen wir, oder aber auch dann hier der paraffinische Diesel, das ist dieser XTL, den wir gerade eben hatten und der enthält bis zu 7% Biodiesel. Und dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, möchte ich das überhaupt tanken und was kostet das? Weil wenn unsere Regierung doch so viel Engagement an den Tag legt und sagt, wir brauchen jetzt alternative Kraftstoffe, auch der Care-Diesel ist ja so ein Stichwort, dann sollte man vielleicht doch darüber nachdenken, ob man die Spritzsorten deutlich günstiger macht, sprich weniger besteuert. Das wäre doch nur sinnvoll, sodass dann hier halt eben aus alten Ressourcen, wie zum Beispiel Frittenfett und sonst was, Rapsöl oder sonst irgendetwas, Kraftstoff hergestellt wird. Das wäre doch eine logische Konsequenz. Da konnte ich leider so noch keine Informationen zu finden. Nichtsdestotrotz, wir sehen jetzt hier, Diesel B10 ist, wie die Bezeichnung andeutet, ein Diesel mit einer maximal 10%igen Beimischung von Biodiesel. Bisher war die Bio-Beischung beim Diesel auf maximal 7% begrenzt. Der größte Unterschied von Kunden besteht darin, dass B10 nur dann getankt werden darf, wenn der Hersteller eine spezielle Freigabe für die Verwendung erteilt hat. Und das ist das Gleiche wie bei E10, als das damals rauskam, hat man ja auch nicht ganz genau gewusst, was wird das auch verfolgen haben, geben die Hersteller eine Freigabe. Und mittlerweile hier, aktuell liegen solche Freigaben für XTL nur für wenige Modelle, nur für wenige Modelle, nochmal der Hinweis, für Audi, BMW und die verschiedenen Hersteller vor. Also von daher müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, jetzt nicht einfach blindlings hingehen, vielleicht ist der ja günstiger an der Tanke. Oh cool, da spare ich ja jetzt hier 2, 3 Cent pro Liter, wie das beispielsweise bei E10 auch der Fall ist, dass es ein paar Cent günstiger ist, aber geht das Risiko, einen Motor im schlimmsten Falle zu schädigen. Also da auf jeden Fall aufpassen und erstmal recherchieren. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr vielleicht auch grundlegend direkt sagt, nee, das werde ich gar nicht riskieren, auch wenn es eine Freigabe gibt, das mache ich nicht. So mache ich das zumindest beim E10, das tanke ich persönlich never. So, dann haben wir natürlich die Situation, wie hat sich denn der Spritpreis über die letzten Jahre, hier und die letzten Wochen vor allem auch in Deutschland entwickelt. Und wenn wir jetzt hier einen guten Artikel vom 1. März im ADAC uns angucken, heißt es, Spritpreisentwicklung, Benzin und Dieselpreise seit 1950. Und in der Betrachtung der letzten 24 Monate können wir uns glücklich schätzen, dass wir nicht mehr bei 2 Euro Marke sind, je nachdem, wenn man an der Autobahn langfährt und da tanken muss, weil man sonst nicht runterkommt und sonst was. Da gibt es diese 2 Euro auch heute noch, aber vor 2 Jahren haben wir auch hier ganz normal auf der Straße, auf der Landstraße und sonst wo in den Städten diese 2 Euro Marke deutlich geknackt gesehen. Das war wirklich ganz, ganz heftig, ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Aber die Preise sind ein bisschen zurückgekommen, wie wir ja sehen. Aber wenn wir dann in die Detailaufnahme hier gehen, quasi für 2011 bis 2023, sehen wir eigentlich mal, was hier über die Jahre hinweg passiert ist. Ja, der Preis war mal hier so 11,10, war der 11,12,13 in den Jahren, hier bei 1,50 Euro, 1,60 Euro in dem Bereich, dann zu 2016 wieder ein bisschen zurückgegangen und die 1,28 Euro, 1,30 Euro runden wir jetzt. Dann hier auch 2020 deutlich günstiger in Anführungsstrichen, aber dann ging es halt richtig rapide nach oben bis zu diesen 2 Euro, wie gerade eben geschildert. Ich will es jetzt gar nicht noch komplett weit ausweiten, hier auf die 2000er Jahre zurück, wo wir noch nicht mal einen Euro hatten. Und ich weiß noch, als mein Bruder dann irgendwann mit seinem Scirocco tanken war und meinte, jetzt habe ich ganz genau 99,9 Cent pro Liter bezahlt und da konnte man immer gut rechnen, du hast für einen Liter 1 Euro bezahlt, Diesel jetzt speziell. Das war schon eine schöne Zeit, aber das ist lange, lange her. Nichtsdestotrotz sehen wir hier die nächste Information dazu, Benzinpreis und Dieselpreis springen nach oben vom 20.03., also ganz aktuell. Und das ist auch das, was ich in den letzten Wochen feststellen musste, dass die Preise wieder immens anziehen. Und das sehen wir dann nämlich hier in der Grafik, gelb ist Super E10 gehalten und Diesel hier in grau gehalten. Und dann sehen wir nämlich, der Dieselpreis über die letzten Tage ein bisschen abgefallen, aber jetzt auch hier stark am steigen bei aktuell 1,73 und Super sogar bei 1,79, Super E10. Das heißt, man kann ja davon ausgehen, Super E5 ist nochmal eine Ecke teurer und Super Plus brauchen wir erst gar nicht anfangen, dass die Preise dann natürlich nochmal deutlich höher sind. Und vielleicht sollte unser Staat nochmal überlegen, wie ist denn die steuerliche Situation beim Benzin und auch beim Diesel. Und ich habe das Ganze hier bei der BFT nochmal dafür rausgesucht, weil das viele ja nicht wissen, dass wir vier Steuern alleine auf Benzin bzw. Diesel bezahlen. Guckt euch das mal an, wir haben einen Verkaufspreis hier von 1,76 Euro. Ich runde jetzt die Beträge. Das ist eine Mehrwertsteuer von 9,7 Prozent drauf, macht 28 Cent. Das alleine ist schon so viel Kohle, das könnte denen doch reichen. 28 Cent auf jeden einzelnen Liter. Das heißt, wenn du 100 Liter tankst, kriegen die dann richtig, richtig dicken Batzen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. So, und wenn wir dann hier weiter gucken, sehen wir dann nämlich den Nettoverkaufspreis. Dann sehen wir die Energiesteuer. Früher hieß es ja Mineralölsteuer. Das ist die zweite Steuer, die da drauf ist. 65 Cent auf diese 1,76 Euro. Überlegt euch das mal. Dann haben wir die dritte Steuer, CO2-Bepreisung. Zu deutsch ist es die CO2-Steuer, die ja auch zum Anfang diesen Jahres deutlich erhöht wurde. Liegt jetzt hier bei über 8 Cent pro Liter. Im Diesel ist es noch heftiger, sind es 9 Cent. Dann sehen wir hier die Erdölbevorratungsabgabe, die kaum jemand kennt. Das sind 0,002 Euro. Sprich, noch nicht mal 1 Cent pro Liter. Aber das läppert sich halt auch. Und das ist ja damit ebenfalls die vierte Steuer. Und erst dann sehen wir den Punkt für Warenwert ohne Steuer. Preis für die Exploration, für Rohöl, für die Verarbeitung und den Transport. Und natürlich auch die Tankstellen, die da ein bisschen verdienen möchten. Etc. Da ist dann alles drin. Und das sind gerade mal 74 Cent. Das heißt, wir bezahlen für einen Liter Benzin 1,76 Euro und davon ist 1 Euro Steuer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 74 Cent wäre quasi der Nettoverkaufspreis, wenn man das so bekommen könnte. Das ist halt absolut nicht passend für die aktuelle Zeit, wo es so vielen Menschen so, so schlecht geht und sollte sich doch einfach mal ändern. Weil in anderen Ländern geht das ja auch. Wenn wir uns das Ganze hier nämlich mit den Global Petrol Prices angucken, sehen wir das ja hier. Zahlreiche Länder, wo das Benzin einfach deutlich günstiger ist. Ich habe das jetzt für Gasoline, also super rausgesucht. USA beispielsweise. Und das ist auch schon sehr, sehr teuer geworden. Aber hier in Dollar Cent gehalten. Und erst hier unten kommt Deutschland. Ja, es gibt ein paar Länder, wo der Sprit nochmal ein bisschen teurer ist. Das will ich nicht verwehren. Keine Frage. Aber wir sehen, dass es hier in Deutschland schon in den Top 15, würde ich schätzen, drin ist. Die Frage ist natürlich jetzt auch, ich kann ja nicht nur meckern, sondern ich kann ja auch Verbesserungsvorschläge machen. Vielleicht sollte man dann der Ausgabenseite des Staates mal was verbessern, um eben darauf nicht mehr angewiesen zu sein. So als kleiner Wink zum Lindy. Und genauso sollte man als Verbraucher sich natürlich Gedanken darüber machen, wann geht man tanken. Es gibt gute Tank-Apps dafür, wo man auch verschiedene Preise, Zielpreise eingeben kann und sagt, Achtung, dann benachrichtige ich mich, dann fahre ich zur Tanke. Wenn man natürlich Lust hat, sein Leben danach zu richten, wann man zur Tanke fährt. Ja, ansonsten versucht es möglichst nicht morgens früh irgendwie zu den Stoßzeiten. Wir sehen ja hier ganz klar, dass morgens früh meistens am günstigsten ist. Am besten ist es eigentlich so, am Abend beziehungsweise vor Abend irgendwann so ab, ich sag mal ganz grob hier, 17 bis 22 Uhr in dem Bereich zu tanken. Und dann wird es abends natürlich auch nochmal deutlich teurer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, werdet ihr diesen neuen Diesel tanken, ja oder nein? Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten und ciao.